Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit The Division. Ah, eine Rekrutenweste, ist schon mal gut. Ah, die M4, sehr schön. Die habe ich gerne. Lieber als die MP5. So, weiter geht's im Text. Hm? Ja. Das ist's. Ah, das ist einfach eklig. Ah, das ist einfach eklig. Okay, ja, jetzt komme ich ja in die Basis. Da drüben, hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry, wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich so weit ist. Das sieht aus, dass es jetzt wehgetan. Ah, scheiße! Mein Bein! Ah, scheiße! Ah! Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er! Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey! Halten Sie durch! Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötetet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell! JTF-6-8 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja. Zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war Ihr Taxi. Okay. JTF-6-8 klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Käpt'n Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück, Sie werden es brauchen. Ja. So viel dazu. Ich muss ich wieder an. Ich habe die jetzt mal bei der Zwischensequenz mal ausgemacht hier. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Oh, dann mal durch da. Wir müssen hier durchfahren, Jens. Wir müssen sicher gehen, dass ich auch nicht. Ich höre mich auf das an. Weißt du, ich verstehe aber auch nicht, dass ich gerade nicht. Was ist da hinten? Ich meine, irgendwo gab es da doch auch ein Endlager. Ah, hier. Wissen Sie was? Sie brauchen das hier. Was? Ja. Ich habe es. So, was hat denn schönes? Was habe ich denn schönes? Ob den sollte ich erst mal anziehen, oder? Ne, das ist der Alte. Das ist der Alte. Der kann weg. So, die kann dann auch weg. Und der kann auch weg. Oh, schau doch mal, was der eben noch so anzublitten hat. Ist der dritte Slot freigeschaltet? Gute Frage. Gute Frage. So. Er schnappte sich ein paar Sachen, schon kurz ein Zeug. Dann drehte er sich um und ging einfach um. Das Kind. So. Wir holen sie sehr bald wieder. Ich schätze, ich sollte froh sein, dass er das Kind nicht auch noch abgeknallt hat. Mö. Ich weiß, dass es in den letzten Monaten verdammt verschissen gelaufen ist, aber ist das das, was du jetzt... Nur keine falschen Hemmungen. Ja. Ist mir definitiv lieber. Jetzt jagen wir unbewaffnete Mütter. Ich wette, ich hab alles, was du brauchst. Ich hab alles, was du brauchst. Aber das ist New York. So, das kommt weg. Oh, ein Schaufensterbummel, was? Hätte weggesollt. So, jetzt aber auf geht's. Oh, mein Name, da ist ja nichts drin. Dies ist eine dringende Botschaft des Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste. So, jetzt geht das ab hier. Hoffe ich. Oh, hier ist noch nichts los. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube... Ich glaube, ich bin da nochmals vorbeigelaufen. Geh' noch. Gut. Die Waffen sind okay. Jetzt aber. Hier läuft ein Haufen Arschlöcher mit schweren Waffen rum. 4 Stück. Hast du gesehen, was die machen? Das sind Mörder. Die Tiere und da habe ich alle da oben rum. Alleine schaffen wir das bestimmt nicht. Doch, es gibt immer einen Weg. Wir bleiben versteckt und nutzen unser Köpfchen. Dann nehmen das Jäger rein. Ich bin da. Und das ist inzwischen über die Tür. Dann schrauze ich mal. Geh' noch mal. Die Tür sind sehr gut. Ich habe das nicht nur noch recht, die Tür sind. Ich habe das nicht nicht. Ich habe ja auch schon mal. Und wie das nicht in der Tür ist. Und lassen wir mal durchlaufen. Der JTF traue ich gar nicht zu. Die schulden uns was. Der JTF traue ich gar nicht zu. Der JTF traue ich gar nicht zu. Der JTF traue ich gar nicht zu. Vier Stück. Dann schauen wir mal. Guten Morgen Julia. Oh. Aufs Auto geschossen. Super. Das war immer ne Leistung. Geht schon auf. Oh. Put, put, put. Oh. Da müssen noch welche sein. Da war noch vier meine ich. Oh. 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 Was ist das? Und dann müssen wir fallen. Ah, da hin. Oh, da oben auch. Was haben die denn da? Wo oben sind die da misches Pinkeln oder was? Die können mich alle mal am Arsch lecken. Ich sag's dir, das Last-Man-Battalion ist völlig eher erschienen. Gut erkannt. So, die hab ich. Jetzt wieder unten. Okay. 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 Oh, nein. Wo sind die denn schon wieder? Da muss ich ja gar nicht hin. Ich lauf mal hier lang. Okay. 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 Überlebensratgeber? Hey, ich gehöre nicht zu denen. Es heißt, die Ärzte arbeiten an einem Medikament. Ich sage Ihnen, die Cleaners da auf der Baustelle haben nichts Gutes im Leben. Gut, der Ratgeber wäre vielleicht eine Feinde zu scannen. Eifung? Mist, haben die mich gesehen? Lagen wir ein paar Schädel ein. Was zur Hölle ist das? Hallo? Das ist schon vorbeigelaufen oder was? Was ist das? Finde ich nicht. Warum finde ich den nicht? Ah, hier geht's. Ah, gut. Mein Lebensratgeber, Seite 4. Kann ich nur mit Fuchsball spielen, na gut, fände ich. Oh, noch was. Habe ich mit schönes gekriegt hier. Inventar, ja, Inventar. Watch out. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Cargo-Jacke braun, nimm mal. Ist ja eh nur für den Look. Modisch orientiert hier. So, dann wollen wir uns mal schnappen da draußen. Fünf Bedrohung, wow. Oh. Nur aus einer Richtung gehen. Hey Leute! Sieht aus, als hätten wir einen Ast erwischt. Geh weg! Oh ja! Bin ich getroffen? Spricht dein Gebet! Kümmert euch darum! Alter! Sie bringen uns um! Nichts nachlassen! Ja. Ich bin geblendet! Was ist mit einem Weg? Warum? warum Okay, ich guck mal. Ja, ist da. Virusforschung. Ja, doch. Ohne Teile habe ich auch noch dagegen. Aktives Echosignal geordnet. Na, eigentlich ist das. Das Ding. Hey Mann, was geht ab? Nix. Ich würde hier gerne rüber. Oh ja. Sie bringen uns um. Du gehörst hier nicht her. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zwei Bedrohungen in dieser Richtung. Beide sind da. Das könnte ein bisschen piek. Ja, ja. So leicht bringt mich nichts um. Na gut. Ja. Ja, mir noch nicht, weil bei mir lief das bis vor Zeiten eigentlich noch gar nicht das Game. Das war das Hauptproblem. Das ist ständig abgeschmiert und jetzt letztlich noch im Video abgestürzt. bis ich dann festgestellt habe, dass ich fehlerhafte Daten irgendwie auf der Festplatte hatte. Dann durfte ich dann einmal korrigieren sage ich mal, also einmal nochmal durchsuchen lassen und nochmal runterladen und danach ging es rein. Boah, auf einer komischen Seite jetzt hier. Ja. 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 Wie geht's denn. Mein Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Mäst ihn nieder! Oh ja! Gebt mir Deckung! Benedigt die Hörlicht auf Distanz. Ihr müsst jeden decken, der nachlädt. Vorsicht, Jungs! Ihr seid alle tot! Oh, ich schütte an ihm da weg. Ach, Mist! Hafte näher an sich. Na dann? Sauber. Hör mich, hör mich, hör mich, schießt die Tupel ein. Sie haben eher nichts. Schreit euch die Bastarde. Steck mich. Ich lade nach. Wie viele sind da drauf, dass sie nicht abhauen? Sie haben eher nichts. Ziel ist sicher. Keine Gegner haben ihn entdeckt. Okay. Jetzt überlegen die es sich zweimal, bevor sie die JTF Patrouillen angreifen. Dann schnappen wir uns mal den Gegner. Oh. Ah. Wenig Sachen. Hallo. Nö. Was für ein Käse? Habe ich jetzt gemacht? So. War ja klar. So. Was waren diese? Nur so ein Tipp. Durch so ein Fenster kann man durchschießen, du dumme Nase. Was für einen Unfall. Was für einen leeren? Oh. Was für jemand denn? Oh. Cuma. Du. 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 Du... Du. Irgendwie war ich hier schon mal. Glaube ich. Oh, nee. Hm. Es fängt an, mir zu gefallen. Schlagen wir ein paar Schädel ein. Das war keine gute Deckung. Ach. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Film hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like oder ein Follow oder ein Abo bei YouTube sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und... Das ist die Theyl Grow.